Was hat Sie aufgeregt und geschüttelt? Was hat Sie angerührt in den letzten Tagen, in der letzten Woche? Mich hat geschüttelt, als ich gehört habe, dass in Großbritannien Boris Johnson dafür eintritt, die atomare Rüstung zu verstärken, also die Arsenale nicht etwa abzurüsten und endlich zu verschrotten, sondern weiter auf Atomwaffen zu setzen? Ich frage mich, haben wir nichts Wichtigeres zu tun in dieser Krise, in der wir auch sind, bei den großen Herausforderungen und vor denen wir stehen, was die ökologische Frage anbelangt, was auch jetzt die Folgen von Corona anbelangt. Brauchst du da mehr Atomwaffen? Nein. Und angerührt haben mich Bilder aus Amerika. Da wurde gezeigt, wie einzelne Kommunen versuchen, für die Obdachlosen, die immer mehr unter die Räder kommen, die Tafeln funktionieren noch teilweise, es gibt kaum noch Hilfsprogramme, wie man versucht, mit so kleinen Hausstrukturen, mit Tiny House, mit irgendwie Menschen zu helfen, nicht völlig unter die Räder zu kommen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir gerade jetzt auch in der Krise, auch hier bei uns in Deutschland schauen, dass die, die darunter wirklich schwerst leiden, nicht aus dem Blick verlieren. Lassen wir uns davon anrühren. Im Übrigen, selig sind die Frieden stiften, denn sie sollen Gottes Kinder heißen. Ich glaube, es aumento dem Bett. Danke, es möchte nicht behalten. Vielen Dank.